Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Bad von Turok. Im letzten Bad haben wir diesen Sandler hier besiegt. Boah, der war echt schwer. Und ja, ich habe unsere Munition ein bisschen aufgefüllt und unsere Leben auch gleich. Wir sind wieder voll und dadadada. Wow, wir haben es geschafft. Wir sind durch. Nein, echt wahr? Sofort speichern. Sofort. Wo ist der Speichertings? Speichertings, wo bist du? Da, sofort speichern. Ja, bist du narisch. Sehr gut. Wow. Puh, das Level hatte es in sich. Schön, habe ich doch keine sechs Parts gebraucht, um das dritte Kapitel zu schaffen. Ich freue mich. Und somit gehen wir halt das vierte an. Ah, ich verstehe schon. Wir müssen die Schlüssel sammeln, damit wir die Kapitel betreten. Oh mein Gott, wie blöd. Wie gemein. Oh, wie gemein ist das, bitte. Oh, wie gemein ist das. Wir müssen die Schlüssel finden, alle finden, damit wir die nächsten Kapitel betreten dürfen. Oh je. Boom. Oh je. Das heißt, wir müssen nochmal ins Zweier-Kapitel rein, ne? Ach, du liebes Bisschen. Äh. Wie schaut's aus mit Schlüssel? Ja. Beim Zweier fehlen uns zwei. Oh je. Die müssen wir holen gehen. Oh je. Und hier, warum zählt das nicht? Ja, wir mal ins Zweier rein. Hilft nix. Hehehehe. Großartig. Großartig. Never. Ne, nix großartig. Ah, natürlich, weil wir das ja schon mal bereist und besucht haben, gibt es hier natürlich auch keine Position etc. für uns. Auch somit keine Leben und nix. Wie schön. Nicht schön. Na, bleib hier, Schweinchen. Ähm. Zwei Lebenspunkte. Das ist natürlich jetzt mehr als wie schlecht. Das heißt, ich muss schauen. Wir müssen schauen. Dass wir hier einigermaßen gut durchkommen. Ja. Ah, dafür gibt's kaum Gegner. Okay, das ist wieder ein Vorteil. Das ist dann nicht so gemein. Nur ein bisschen. Jetzt wäre aber auch gut zu wissen. Ui, ja. Wo jetzt diese ganzen Dinger sind, oder? Haben wir da drüben jemals fertig gemacht? Ich weiß es gar nicht. Ich glaub schon, oder? Ja, selbstverständlich, da muss ich alles durchsuchen. Oder ich muss mich diesbezüglich einlesen. Entweder oder. Ja, so geht's auch. Ah, Game Over natürlich. Wir haben ja nur wieder das Einleben. Ah, wie schön. So, dahin. Also beim Zweier nochmal durch. Gut. Ich hab, wie gesagt, keinen Plan. Da war es Zweier, ne? Ja. Ich habe, wie gesagt, keinen Plan, wo diese Schlüssel sein könnten. Ich bin nur heilfroh, dass hier kaum, ja, Gegner sind. Muss mal kurz da umschauen. Stimmt, da war auch noch was. Die Schrotflinte. Leitschweinchen. Alter. Du Sakelpiker. Äh. 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 Au. Okay. Warte, machen wir nochmal. Das geht so nicht. Das muss ein bisschen besser laufen. Gut, dann müssen wir die beiden um... Weil ich grad... Na, passt schon, ne? Puh. So. Was für ein Mist. Kann aber trotzdem da oben das Teil holen. Wah. Ja, oder auch so. Halt. Ach so. Ich muss oben bleiben. Okay. Und jetzt, äh, also mit der Maus... Mit der linken Maustaste oben bleiben tun. Dann schießt der schneller. Ja, muss ja wissen, ne? Ja. Das muss man doch wissen. So. Die haben wir schon mal. Tut mir leid, Schweinchen. Aber es ist für... Das ist leider für mich. Ich brauch das. So, da oben waren noch ein paar Sachen. Einmal Pfeile. Und da drüben noch was. Hüpf. Jawohl. Gott sei Dank sind nicht alle Gegner da. Boah. Das wär echt heftig gewesen. So. Mir ist ja auch zum Beispiel, dass da oben ein Rätsel, ne? Immer da oben hinkommt. Oder siehmer da hinkommen. Ich hab's nur wieder mal vergessen. Keine Ahnung mehr. So. Folgen wir's halt nochmal. Müssen wir alles schön brav durchgehen. Dann können wir das schön wie hin. So. Also da rüber wär's schön. Aber wir sind eigentlich da drüben gewesen, ne? Wir borten uns ja eigen. Die Stränge sind dahin. Eigentlich. Oh, puh. Das war knapp. Okay. Gut. Das war nix da drüben. Da haben wir ja auch alles mitgehen lassen. Ui. So. Ja, natürlich fall ich runter. Ähm. Hoppala. Dann nochmal vielleicht drauf. So. Hm. Hm. Au. Genau. Jetzt sind wir da. Genau. Kommen wir da zurück. Alles gut. Ja. Das brauch ich eigentlich nicht. Da waren wir nämlich schon. So. Stimmt. Der kam wieder hoch. Ja, ich muss das kontrollieren. Das hilft nix. Ich bin so schlau. Ich bin so schlau. Schlau, schlau, schlau. Schlau, Fuchsilein. Wo könnte ich, Idiot, das vergessen haben? Vergessen, übersehen. Puh. Ah, na, schau mal. Ah, da sind wir voll. Okay. Dann sollte ich vielleicht... Achso, da haben wir die. Stimmt, ja. Na, dann lassen wir die da mal. Kommt, Trollpunkt. Da haben wir mal die Zünchen. Brauchen wir jetzt? Okay. Haben wir da noch was? Dieselbe, die haben wir auch schon. Zur Genüge. Ja, ich weiß nur, dass... Das eine da oben, die hatten wir ja schon, ne? Irgendwo da oben kam wir ja raus wieder, ne? Da gab's ja so ein Ding. Ich hab halt keine Ahnung, ob's da noch mehr Wege gegeben hätte. Oder mehr Möglichkeiten. Oder... Keine Ahnung. Warum? Ich fürchte, da darf ich mich einlesen. So, wo sind wir da? Da. Ja. Nur schnell die Karte. So. Die kann man jetzt wieder normalerweise ausmachen. So. So, kann man da was brauchen? Nein. So. Äh. Was? Da. Den haben wir. Passt. Den haben wir, ja. Alles gut. Dann geht's ja hier weiter. Das müsste ja auch schon der Erste sein, eigentlich, ne? Wie ist die Viech? Warte, hier hab ich da hinten schon mal geschaut? Na, ne? Da ist normal eh nix. Oh, hoppala. Das ist ja nun mal dasselbe, ne? Das ist ja eigentlich nix anderes. Das ist ja eigentlich nix anderes. Das heißt, das müsste jetzt wirklich der Erste Schlüssel sein. So. Ja, der ist weg. Der spawnt hier immer wieder. Das ist gemein. So, da war der Specki. So. Ja, und jetzt ist hier die Frage. Könnte es hier schon den zweiten Schlüssel gegeben haben, den ich nicht gefunden habe? Das ist ja nur ein Abgrund, ne? Da falle ich in die Tiefe und werde sterben. Ne? Das, ja. Ich denke mal, das wird so sein. So, wie schaut's mit hier oben aus? Da hat's nur Muition gegeben, ne? Hier ist ja auch eigentlich nix gewesen. Nö. Das ist mir echt ein Rätsel, wie ich die übersehen konnte. Hier drin ist irgendwie auch nix, ne? Nein. Da oben war nur die Waffe. Was soll man die brauchen? Ich glaube nicht. Da ist ein Speicherbruch. Genau. Ja. Und zwar hier drauf. Dschungel. Ja. Zurück. Die müssen entweder wahnsinnig böse versteckt sein. Aber ich fürchte, da werde ich müssen... Da werde ich müssen nachschauen. Wo die versteckt sind. Hier kriegt er selber wahrscheinlich gar nicht hin. Dann hatten wir da hinten was, ne? Weil das ist ja ein Schlüssel doch hier versteckt. Ich nehme mal wieder das Messerchen. So. Irgendwo höre ich da einen Käfer und da liest aber nix, ne? Ach, jetzt falle ich wieder runter. Hupf doch in Gatsch, ey. Da ist nix. Keine Ahnung. Da bin ich echt überfragt. Wo könnte das sein? Ich habe halt auch ein bisschen Schiss, dass ich da vorbeilaufe direkt, ne? Aber irgendwo könnte ich es mir echt vorstellen, dass es mir wäre. T2. Schauen wir uns das halt nochmal an. Boah, das ist echt übel. Das ist richtig übel. Aber ich fürchte, da wird mir gar nix anderes übrig bleiben, als wenn ich mich da einlesen tue. Ich habe keine Ahnung, ob der Schalter sich was gebracht hat. Aber ich glaube, das hatten wir eh schon hinter uns, ne? Das haben wir alles eigentlich eh aktivierend gut. Au. So, schon mal hupf hupf. Ich bin gerade voll konzentriert. Ich ffff... Na nun, wo muss ich denn jetzt hin? Das nicht hier irgendwo? Ja, da rüber, ne? Oh Gottchen. Boah. Und hier, ne? Dann hatten wir das. Jo. War trotzdem kein Schlüssel hier, ne? Das heißt, wir mussten wirklich dann hier lang. Die Portale können uns gestohlen bleiben. Da oben ist wieder so eine Höhe, wo ich nix damit anfangen kann, wo ich nicht raufkomme, wo ich echt nicht weiß, wie das gehen soll. Vielleicht kriegen wir später noch irgendein... Keine Ahnung. Ein Item... Ein Greifhaken oder sowas in der Art. Ich hab da echt keinen Plan, wo die sein könnten, die Schlüsselchen. Oh, servus. Servus. Dass ich die ganz einfach... ...übersehen hab? Übersehen auf jeden Fall. Aber wo übersehen? Da rüben ist einer. Stimmt. Ah, wie komm ich da hin? Da oben ist einer. Nö. Jetzt bin ich wieder Game Over. Ja. Da oben ist einer. Da oben ist einer. Okay. Schwumm. Da oben ist einer. Ja, wie komm ich da hin, ist die Frage. Hm. Wieder so ein ganzes Stück laufen. Ist auch nicht gerade lustig. Hm. So, schnell durch. Das ist ja auch die gleiche Frage, wie ich da raufkommen soll. Pff. Hm. Kein Plan. Vielleicht hab ich einfach mit dem... ...unvorteilhaftesten... ...Spielstand begonnen. Wow. Den ich nur hätte... ...wählen können. Ich wollte hier nur was schauen. Mann, ey. Ich wollte hier nur schauen, ob es... ...schon zufällig die Seite gewesen wäre, wo ich hin muss. Ach komm. Ey, no. Das ist echt nicht nett. Ich glaube, ich mach heute nur fünf Parts. Ich werde mich jetzt ein bisschen einlesen müssen, wie ich da hinkomme. Aber ich denke, vielleicht sind wir ja... ...doch ein bisschen auf dem richtigen Weg. Zumindest durften wir schon mal speichern. Das ist ja schon mal was. Ja. 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 Ui. Da. Lauf, 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 lauf. Tup-ta-ta-ta-ta-ta. Ja, ja. Schrei nur. Mysteriös ist das Ganze. Wirklich wahr. Aber hier schaut es nicht aus, als wenn es irgendwie... Und so, ne? Da ist ja auch irgendwie nichts, ne? Ruhigen wir mal. Bohrten wir uns mal weg. So. So, stimmt, da konnte man speichern. Dann speichern wir doch mal hier. Ja. Hauen wir das nochmal hier drauf. Ja. Zurück. Das muss ja irgendwie gehen. Irgendwie muss man doch auf diese eine Seite hingelangen können. Die Frage ist nur, ob wir hier auch wirklich richtig sind. Waaah. Ich habe mich auch nie getraut, darüber zu hüpfen, weil es nicht geht. Okay. Wir haben eh gespeichert. Ist wurscht. Wir haben eh gespeichert. Ich habe mich nie getraut, darüber zu hüpfen. Ich fürchte, es geht auch gar nicht. Wow. Aber das Rüm ist definitiv auch irgendwas, ne? Oder? Zumindest schaut es wahnsinnig merkwürdig aus. Hm. Da ist man echt gleich mal überfragt, ne? Wenn man da zu dem Schlüssel hinkommt, ist mir echt ein Rätsel. Vor allem, ja. Au. Aha. Da kommt man hin. Okay. Ja, Flutter schauen. Brauche ich jetzt das Leben hier? Jo. Wird schon passend, ne? So, haben wir hier noch was? Eher nicht, ne? Nein. Hm. Mir ist das alles echt ein bisschen ein Rätsel, aber nur ein bisschen. Das war zum Speicheln hier. Ja. Was ist los hier? Habe ich jetzt meine Ruhe? Bitte? Wenn ich hier schon was erkunden will? Ich kann mir vorstellen, dass man hier irgendwo runter darf. Ja. Du Grattler. Dass man hier irgendwo runter darf, ne? Dass es dann passt. Oh je. Hier nicht. Nein. Hier darf man nicht runter. Nein. Ja, ja. Game over. Ich habe, wie gesagt, keinen Schimmer. Warum denn einfach, wenn es auch kompliziert geht? Ne? Ah, verkehrt. Ich fürchte, ich muss gleich niesen. Meine Nase juckt so komisch. Verstehst du? Ach ja. Es ist so schön. Es ist so schön kompliziert. Es ist so schön kompliziert. Es ist so schön kompliziert. Ach, wie schön kompliziert. Tada. So. Na. Und die weiß sie auch nicht zurecht. Ich bin immer noch der Meinung, dass diese Viecher da endlos spawnen können. So. Gräbier. Ja, natürlich. Ja. Nichts. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Hier, ne? Immer noch für mich ein total ungeklärtes Rätsel, wie man da reinkommen soll. Wie wirklich alle von diesen Viechern da klatschen muss? Weil die spawnen... Mir kommt fort, die spawnen unendlich. Ach, genauso, dass hier Wasser ist, ne? Ach so, da ging's weiter. Stimmt ja. Da ist halt auch ein Schlüssel, ne? Der da. Wie man da raufkommt, ich weiß es nicht. Warte, war nicht hier irgendwo was zum Tauchen? Da glaub ich, oder? Ich hab keine Ahnung. Da war was. So, da haben wir eine kleine Pfütze, ja. Ich kann mir echt nur vorstellen, dass man irgendwie tauchen muss. Oder tauchen können muss. Das schaut halt... Ja. Da haben wir was. So, dann haben wir umgemerkst. Vielleicht sind wir hier schon auf dem richtigen Weg. Okay. Okay, rämmert einfach vorbei. Geht auch. Wo sind wir da jetzt? Ich glaube auf keinen Fall dort, wo ich... Ah doch, sind wir. Passt. So, jetzt haben wir hier seitlich vorbei. Und da haben wir... Mein Hals, Entschuldigung. Da haben wir schon einen. So. Passt. Tja. Fehlt nur noch einer, ja. So, zum Glück. Passt, der ist fertig. So, dann helfen wir hier mal durch, ne. Und sind wir wieder da. Das heißt... Ja, theoretisch könnte man das speichern, ne. Na, wo ist denn das jetzt? Hallo? Es hilft nichts. Der eine, der muss noch... Den müssen wir noch kriegen. Aber das werden wir dann erst im nächsten Part machen. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, weil ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!